Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 254. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja und wir müssen hier gleich Farbe bekennen. Wir werden es im Juni nicht schaffen, zwei Folgen wie sonst angekündigt zu produzieren, zwei reguläre Folgen, sondern wir müssen den Juli dann mit drei Folgen ausfüllen. Es war einfach so viel los im Juni privat und auch im geldverdienenden Job, den ich ja eigentlich war, dass die Zeit einfach zu kurz war. Es waren ja auch relativ viele Medienkooperationen in den letzten Wochen. Das hat einfach alles furchtbar viel Zeit gefressen. Also insofern da bitte Verständnis. Aber die Specials haben euch ja glaube ich auch ganz gut unterhalten hier im Podcast. Insofern könnt ihr damit hoffentlich ganz gut umgehen und wir haben nachher noch ein paar News und dieses Mal dafür aber auch ein Gewinnspiel in der Sendung. Das machen wir aber alles erst später, denn Alexa hat jetzt eine Geschichte herausgesucht und ich bin reingefallen, als sie mir die erzählt hat. Das passiert auch nicht oft. Passiert nicht so oft, genau. Also hört mal zu und schaut, ob ihr dann hinterher wisst, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Die heutige Geschichte ist fast so schön wie die Spinne in der Juckapalme, also der Klassiker unter den modernen Sagen und auch ziemlich tierisch angehaucht. Und es geht um eine Frau, die ihren Wagen vor die Garage fährt, ein bisschen in der Sonne stehen lässt und dann einsteigen und losfahren will. Dann guckt sie unter das Auto und sieht zu ihrem großen Entsetzen den Schwanz und den Kopf einer großen Schlange heraushängen. Und ist erstmal völlig entsetzt und wenig später muss ihr Mann dann todesmutig die Motorhaube öffnen. Und sie sehen tatsächlich, dass da eine Bohrkonstriktor im Motorraum des Autos sich zusammengerollt hatte. Jetzt hängt sie eher so ein bisschen schlapp da rum und es stellt sich dann noch später heraus, dass diese Schlange verstorben ist. Und es scheint wohl tatsächlich häufig mal vorzukommen, dass Schlangen in Motorräume krabbeln und sich da zusammenrollen. Wenn ich euch da nicht einen Bären aufgebunden habe, dann hat mit dieser Geschichte das Wort den Motor abwürgen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ja, das ist also die Bohr im Motorraum. Die Bohr im Motorraum. Ja, wie gesagt, also ich habe das falsch eingeordnet. Grübelt gut darüber nach, ob diese Geschichte stimmen könnte oder nicht. Thema der Woche. Ja, das heutige Thema, Salute 7, so heißt ja diese Folge, ist ein Thema, das wir in der 99. Episode von Huxilla TV schon einmal behandelt haben. Und wir haben gedacht, das eignet sich aber trotzdem für den Podcast. Und wir haben nochmal neu ein bisschen recherchiert, uns die Sachen angeschaut. Und das ist jetzt nicht die Audiospur aus der Huxilla TV Episode, aber eben das gleiche Thema, was wir gerne nochmal behandeln wollen. Und es handelt sich um ein Raumfahrtthema. Also Salute 7 klingt nicht nur so wie ein russisches Raumschiff, sondern es ist kein Raumschiff, sondern eine Raumstation gewesen. Also wer da den Verdacht hatte, es könnte um eine Raumstation gehen, hat natürlich völlig recht. Und wie ihr alle wisst, mag ich ja Raumfahrtthemen, die unsere Folge zu den Geschichten rund um das Mondlandeprogramm und das Rennen zum Mond ist ja auch recht gut angekommen. Und deshalb wollen wir mal wieder so ein Thema hier bei uns in der Sendung behandeln. Und es handelt sich dabei über das, was wir euch jetzt erzählen. Das gilt gemeinhin als eines der größten Accomplishments, der größten Errungenschaften der bemannten Weltraumfahrt. Und das Faszinierende ist, dass ich selber auch von dieser Geschichte erst sehr, sehr spät erfahren habe, aber genau wie die gesamte Weltöffentlichkeit, weil das eine Geschichte ist, die von der russischen Führung lange, lange Zeit ja unter dem Teppich gehalten wurde. Obwohl es einfach eine ganz großartige Geschichte war, die wir euch jetzt gleich erzählen wollen. Und umso toller ist es, dass man jetzt viel mehr darüber weiß, was geschehen ist. Das ist eine Geschichte aus dem Jahr 1985 und das mit euch ein bisschen aufrollen können. Und es passt eigentlich auch so schön in unsere Zeit, wo jetzt sozusagen mit SpaceX die Amerikaner wieder ein Shuttle-Programm aufgenommen haben und wieder bemannte Flüge zur ISS starten. Also es ist irgendwie, es tut sich gerade wieder ganz viel. Die Pläne sind hochfliegend. Man will wieder auf dem Mond tätig werden. Man will zurückkehren zum Mond. Also das sind irgendwie so ganz spannende Zeiten in dieser Hinsicht. Aber das Abgefahrene ist, dass uns die ISS ja eigentlich so wohl bekannt ist. Da hört man immer ganz viel drüber. Da wird ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Aber über das russische Raumstationsprogramm weiß man total wenig. Und dass das schon in den 70er Jahren losgegangen ist, fand ich total faszinierend, war mir überhaupt nicht klar. Also Shuttle-Programm sei mal dahingestellt. Bei den Amerikanern ist es mehr so ein bemanntes Raumfahrtprogramm. Ja, der ja immerhin. Aber sie haben wieder ein bemanntes Schiff hochgeschrieben. Genau, das Shuttle war ja dann die nicht so ganz effiziente Technik, Menschen ins Weltall zu bringen. Aber nur für all diejenigen, die sonst einen Kommentar geschrieben hätten. Ich entschuldige mich. Den könnt ihr euch dann an der Stelle erstmal sparen, den Kommentar. Aber du hast völlig recht, als wir 99, nee, das war Quatsch, 99, sag ich schon, als wir die Folge für Hoxia TV aufgenommen haben, die Folge 99, da gab es SpaceX Dragon noch nicht, die bemannte Dragon-Kapsel. Da gab es den Plan, das zu machen. Genau, da waren gerade die Pläne bekannt gegeben. Und da haben wir noch ein bisschen darüber spekuliert, ob das dann alles gelingen wird und klappen wird. Und jetzt haben wir ja in diesem Jahr den Start erlebt und das war ja schon so, als ob man Raumfahrt sieht, wie aus der Zukunft ein Stück weit mit den Touchscreens und all diesen Dingen. Und das, was wir euch jetzt erzählen und wir werden euch auch eine Seite mit Fotos verlinken, die sind leider nicht frei, aber ihr könnt natürlich auf die Seite klicken und euch dort dann die Fotos angucken. Das ist eher so Weltraumfahrt mit, ich sag das jetzt schon mal, mit Fellmützen und Handschuhen. Ja, und zwar, das ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Aber um was es geht jetzt? Wir sagen erst mal ganz kurz, worum es hier überhaupt geht. Es geht um die Raumstation Sayut 7. Das war die Vorgängerstation der Mir-Raumstation, die ja dann, glaube ich, der eine oder andere sicherlich kennen wird, eine extrem langlegige Raumstation, die dann Roskosmos in Betrieb hat und ganz einfach sehr, sehr lange existiert hat. Sayut 7, der direkte Vorgänger. Und Sayut 7 hatte den Kontakt 1985 im Februar zur Bodenstation verloren. Wir müssen vielleicht vorausschicken, dass die Sayut 7 wie alle Raumstationen aus dem Sayut-Programm nicht durchgehend mit Menschen besetzt waren. Also die hatte auch teilweise so Zeiten, wo sie eben automatisiert im Orbit war und sozusagen ruhte, aber natürlich am Laufen waren die Systeme. Genau, guter Hinweis. Also man hatte immer Phasen, in denen keine Besatzung an Bord war und dann wieder Besatzungen hochflogen. Und während einer Phase, in der Sayut 7 nicht besetzt war, verlor man den Kontakt. Es gab dann so ein paar Unstimmigkeiten, weil man sich nicht ganz sicher war, ob man jetzt die Technikerteams verständigen sollte und irgendwer ertraf eine Entscheidung, da was zu überbrücken an Bord. Das führte zum Kurzschluss und am Ende war diese Station im Prinzip a drift, also abgeschaltet ohne Strom und man hätte sie jetzt einfach abstürzen lassen können. Das wäre natürlich ein bisschen unangenehm gewesen, weil man es auch nicht hätte kontrolliert machen können und man hätte im Hinblick auf das MIR-Programm ein Jahr Forschungsarbeit verloren. Also wir befinden uns 85 ungefähr ein Jahr vor dem Start von MIR und die russische Führung entschied dann, dass man versuchen sollte anzudocken an Sayut 7, um die Station wieder in Betrieb zu nehmen. Also das große Problem war, erst hatte man den Funkkontakt verloren und dann sozusagen waren die Systeme wohl tot und man wusste aber überhaupt nicht, was an Bord los ist. Also da hätte alles mögliche der Fall gewesen sein können, eine Explosion, ein Brand, die Kollision mit Weltraumschrott, was auch immer. Also man wusste, wenn man da Leute hochschickt, dass man in eine sehr, sehr unsichere Situation geraten kann und es überhaupt nicht klar ist, ob die dann sofort wieder umkehren müssen, ob die überhaupt andocken können. Und allein das Andocken war sowieso nochmal eine Sache für sich. Genau, also obwohl wir uns im Januar 2085 befinden und wir natürlich heute gewöhnt sind, dass die Versorgungsraumschiffe und die Raumschiffe, die an die ISS andocken, das quasi automatisiert machen. Und man meint, das war ja eine ganz neue Entwicklung. Wie war das? Aber haben sie es jetzt neulich mal manuell gemacht oder haben sie nur manuell navigiert zwischendurch, um mal zu testen, wie sich das Schiff zu steuern lässt? Genau, wenn das System ausgefallen wäre, der Dragon Kapsel, aber das Andockverfahren war automatisiert. Auch der deutsche Transporter, der deutsche, sag ich schon, der europäische Transporter an die ISS doktorautomatisiert an. Die amerikanischen Module wurden zum Teil mit dem Kran dann ein Stück weit eingefangen, der an Bord der ISS ist. Aber das wirkt alles sehr fancy. Auch die Russen hatten in ihren Stationen Leitsysteme natürlich, die geholfen haben beim Andocken bzw. den Andockmechanismus zwischen den Soyuz-Raumschiffen, die es damals schon gab, die gibt es ja immer noch, und den Raumstationen nahezu automatisiert stattfinden zu lassen. Und die Situation war jetzt natürlich dadurch, dass Soyuz-7 inaktiv war, waren all diese Systeme auch dementsprechend inaktiv und man sprach dann in der Sprache der Raumfahrt davon, dass das Soyuz-Raumschiff an ein unkooperatives Objekt andocken sollte. Also das klingt ja so ein bisschen wie so ein störrischer Esel, aber so war tatsächlich die Bezeichnung. Und das Problem dabei war, dass man zunächst mal, nachdem man entschieden hatte, wir wollen das versuchen und wir wollen versuchen, die Station zu retten, zunächst mal auch Piloten identifizieren mussten, Kosmonauten identifizieren musste, die überhaupt in der Lage waren, sowas hinzukriegen. Und vielleicht, um auch die Zeitachse mal deutlich zu machen, wenn wir uns in einem Hollywood-Film befinden würden, da würde man ja so eine Soyuz-Kapsel auf eine Rakete setzen und nach 14 Tagen einfach ins Weltall starten. So war es natürlich nicht, sondern wir können mal kurz spoilern, am 11. Februar 1985 identifizierte man das Problem und am 6. Juni, also fast vier Monate später, startete dann letztendlich ein Soyuz-Raumschiff zur Station. Also das ist immer noch sehr schnell in Raumfahrt-Dingen gesehen natürlich, weil man das Soyuz-Raumschiff auch technisch angepasst hatte. Weil man nicht wusste, was die Kosmonauten an Bord erwartet, hatte man den dritten Sitz, der sich normalerweise im Soyuz-Raumschiff befindet, entfernt. Man hatte mehr Wasser und Proviant an Bord. Was extrem wichtig war. Und auch mehr Treibstoff, weil man vermutete, dass mehr Manöver geflogen werden müssten und man hatte alle Technik, die zum automatisierten Andocken mit an Bord waren, entfernt und hatte dafür dann ein handbetriebenes Laser-Distanz-Messgerät den Kosmonauten mitgegeben und auch Nachtsichtgeräte, damit sie, wenn sie auf der Schattenseite, also Nachtseite in der Umlaufbahn andocken hätten müssen, per Nachtsichtgerät noch was hätten erkennen können. Also das ist alles irgendwie so sehr praktisch Hands-on irgendwie und ja, kommt einem schon so ein bisschen urig vor. Da musste man natürlich auch noch die richtigen Leute finden und man hatte dann mit Wladimir Jannebekow jemanden, der schon mal bei einem Andock-Verfahren, was dann nicht mehr automatisiert erfolgen konnte, weil ein Computerversagen vorlag, es geschafft hatte, dann manuell anzudocken. Und somit hatte er halt eine ähnliche Situation zumindest schon mal erlebt und man vertraute dann darauf, dass er mit dieser Erfahrung dann eben in der Situation weiterkommen könnte. Genau, Jannebekow übrigens sowieso ein sehr erfahrener Kosmonaut, das war sein fünfter und damit dann aber auch sein letzter Raumflug, er hat ihn überlebt, also das kann ich schon mal spoilern, aber das war dann sein letzter Vamanta-Raumflug, aber immerhin sein fünfter Flug, was ja nicht ganz wenig war. Und ihm an die Seite wurde Wladimir Savinic gestellt, der im Prinzip als Ingenieur sich sehr gut auskannte mit Bordsystemen und deswegen ausgewählt wurde. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht schon sagen, warte mal, da gab es doch auch einen Film, gab es da nicht einen Film über diese ganze Geschichte? Und ja, den gab es zu dem damaligen Zeitpunkt, einer der teuersten russischen Filme, der produziert worden ist, der heißt auch Sayut 7, den kann man bei Amazon, glaube ich, für ein paar Euro sich leihen, glaube ich, im Moment. Aber da sind die beiden Kosmonauten anders benannt, also hier haben wir tatsächlich Wladimir Jannebekow und Viktor Savinic, die hochgeflogen sind im Film, haben die aber andere Namen, also das kann einen dann eventuell verwirren. Genau. Und was man einfach sagen muss, der Film zeichnet die Geschichte nach, nimmt aber sich dabei so ein bisschen, Hollywood-Freiheit wäre jetzt natürlich falsch, weil es ein russischer Film ist, aber nimmt sich natürlich Kino-Freiheiten in der Geschichte, das ist alles ein Stück weit dramatischer in diesem Film. Nichtsdestoweniger ist der eigentlich ganz anschauenswert und was bei Sayut 7 halt interessant ist, im Gegensatz zu Gravity, ich glaube, die kann man so ein Stück weit miteinander vergleichen, die beiden Filme, ist halt, dass die grundsätzliche Geschichte eben auf einer wahren Begebenheit beruht und das macht es natürlich faszinierend, sich das anzuschauen. Also hat ein bisschen eher dann was von Apollo 13, kann man sagen, aber es ist natürlich in Details tatsächlich sehr, sehr verdichtet und dann natürlich auch noch ein Konflikt mit den Amerikanern. Genau. Kommt dann auch noch dazu, das muss natürlich sein, ja. Und was man aber in dem Film ganz gut sich anschauen kann, ist, dass man die Raumschiffe, also die Special Effects, die sind einfach schon sehr, sehr gut gemacht, also man kriegt einen guten Eindruck davon, mehr als jetzt mit Fotos, die wir verlinken können, wie die Station ausgesehen hat, man sieht auch mal das Solis-Raumschiff ganz schön, also ist jetzt nicht, glaube ich, das schlechteste 4 Euro oder was das kostet, sich den Film zu leihen, die man ausgeben kann, wenn man mal unterhaltsam Film schauen kann, vom russischen Pathos, der dadurch schwebt, mal ganz abgesehen, aber ich habe es gerade schon gesagt, international sagt man eines der größten Errungenschaften der bemannten Raumfahrt, über die wir hier reden. Also, wir haben die beiden Kosmonauten ausgewählt, wir haben das Soyuz-Raumschiff drauf vorbereitet, diese besonderen Andock-Manöver durchzuführen und am 6.6.1985 startete dann auch die entsprechende Mission, die dann den Titel Soyuz T-13 getragen hat. Die werden ja immer alle durchnummeriert. Die Mission, das ist bei den Russen nicht anders als bei den Amerikanern gewesen und nach zwei Tagen hatte dann ja auch Soyuz T-13 dann die Soyuz-7-Station erreicht. Und was man zunächst mal gemacht hat, war die Station zu umkreisen. Also tatsächlich war Johnny Bekoff dabei, einige Manöver auch um die Station herum zu machen, um erstmal zu schauen, ob es vielleicht Löcher in der Außenhaut oder irgendwas gegeben hat. Nicht ganz unwichtig, wenn man das Ding betreten will. Genau, also wirklich erstmal eine äußere Inspektion mit dem Soyuz-Raumschiff wurde durchgeführt. Dabei wurde erstmal nichts Großartiges festgestellt, sodass man sich dann entschied anzudocken. Im Kinofilm hochdramatisch eine trudelnde Raumstation, ganz so schlimm war es nicht, aber die Station drehte sich um die Längsachse. Das heißt also, das Andock-Manöver, was man da fliegen musste, war sehr, sehr anspruchsvoll. Es gelang. Man hatte dann allerdings so ein bisschen das Problem, dass natürlich auch die Sicherheitskopplungssysteme der Stationen nicht aktiviert waren. Das heißt, man hatte nach dem Andocken jetzt nicht wirklich den Überblick, ob man sicher angedockt ist, wie die Atmosphäre auf der anderen Seite ist. Und es gab einen relativ vorsichtigen Antastprozess, um überhaupt mal rauszufinden, ob man auf die Stationen drauf kann. Genau, also es waren da drei Luken sozusagen zu überwinden und man hat dann wirklich getestet erstmal, wie die Druckverhältnisse sind, wie der Druckausgleich stattfinden kann und sich dann wirklich so ganz langsam vorangetastet an die Station. Und als man das dann schließlich bewältigt hatte, man kann übrigens auch schön eine Übersetzung von den Funkprotokollen sozusagen nachlesen, wo man wirklich die Dialoge zwischen der Erde und den Kosmonauten sich angucken kann. Und nachdem man das dann getan hatte, musste man natürlich gucken, wie sind die Verhältnisse, wie riecht es da oben, kann man einen Brand riechen und wie sind die Temperaturverhältnisse und dann musste man natürlich Stück für Stück die Situation einschätzen und dann planen, wie die ersten Schritte aussehen könnten. Genau, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen war, dass die Soyuz 7 Station im Prinzip drei große Sonnensegel besaß und was die beiden Kosmonauten beim Anschlug schon sehen konnten, war, dass die Sonnensegel eben nicht auf die Sonne ausgerichtet waren, was dafür sprach, dass eventuell kein Strom auf der Station vorhanden ist. Und das hat sich auch bestätigt, also die Station war nicht nur vom Funkkontakt her im Grunde genommen tot, sondern eben auch die Batterien an Bord, das hat man dann überprüft, waren tot. Und du hast gerade schon gesagt, man hat gerochen, hat es da vielleicht gebrannt. Das hat man zum Teil natürlich tatsächlich mit der Nase gemacht ein bisschen, aber man hatte auch tatsächlich so chemische Detektoren mit dabei, die dann auch darauf prüfen konnten, ob es Branddruckstände gab. Denn es war ja nicht klar, ob vielleicht hinter den Abdeckungen das, was man nicht sehen kann, da vielleicht ein Feuer in der Elektrik stattgefunden hat, sodass also mit diesen chemischen Detektoren überprüft werden konnte, hat da vielleicht ein Kabelbrand stattgefunden. Das war allerdings scheinbar nicht das Problem. Aber es war schweinekalt. Also es war wirklich, weil die ja auch schon sehr, sehr lange außer Betrieb gewesen war und komplett tot war, herrschten da wirklich arge Temperaturen an Bord. Um den Gefrierpunkt herum, es wird geschätzt, dass es so vielleicht 5 Grad plus an Bord. Genau, einmal ist im Protokoll von 3 bis 4 Grad irgendwann die Rede, aber es ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt es dann gewesen ist, ob sie vielleicht noch tiefer waren oder wie auch immer. Und dann haben sie aber auch so abgefahrene Dinge gemacht, wie zu sagen, ja spuck doch mal, wie schnell gefriert denn das? Und dann haben sie halt wirklich festgestellt, dass die Spucke innerhalb von drei Sekunden gefroren ist. Also wirklich sehr niederschwellig, weil man geguckt, wie die Verhältnisse sind. Genau, was nämlich, so und daraus entstand jetzt natürlich ein Problem, die Station war kalt, die Station hatte keinen Strom. Und natürlich gibt es an Bord der Station, gab es auch eine Heizung natürlich, da hätte man sagen können, ja komm, dann machst du halt, bringst du eine Batterie mit oder wie auch immer und dann erst mal die Heizung an, dass das Ding warm wird. Problem dabei war, dass komplett auf der Innenseite der Station sich überall reif befunden hat. Und das Problem ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich das jetzt einfach auftaue und anheize, dann ist die ganze Station voll Wasser und Wasser in der Raumstation, was so frei durch die Gegend schwebt und dann auch in die Elektrik eindringt, ist jetzt ja auch nicht das, was man unbedingt haben möchte. Genau, aber man hatte zum Glück, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, also von den acht Batterien an Bord zumindest sechs zur Verfügung, also zwei waren völlig hinüber, aber sechs konnte man dann wieder reaktivieren letzten Endes. Genau, was dann passierte war, dass man mit tatsächlich Fellmützen bekleidet und zu Beginn mit Handschuhen, die man aber dann sehr schnell verworfen hat, weil in den Handschuhen nicht gearbeitet werden konnte, spezielle Überbrückungskabel dabei hatte und mit der mitgebrachten Soyuz-Kapsel so eine Art Überbrückung stattfinden hat lassen, damit man also erstmal die Batterien aufladen konnte. Parallel dazu gab es dann nochmal ein weiteres, sehr, sehr abgefahrenes Manöver, in dem nämlich Jannebekow zurück mit Savinic in die Soyuz-Kapsel stieg. Normalerweise haben sie immer einzeln an Bord der Station gearbeitet, einer war immer in der Soyuz und der andere arbeitete auf der Salyut. Aus Sicherheitsgründen, weil man sich auch nicht sicher war, ob die CO2-Aufbereitung in der Station gut funktionierte und damit einer immer im Raumschiff bleiben konnte, um sicherzustellen, wenn der andere anfängt, Zeichen einer CO2-Vergiftung zu zeigen, dass er dann rausgeholt werden kann. Also auch das eine Sicherheitsmaßnahme. Und dann, genau beide wieder zurück im Raumschiff, gab es dann ein sehr, sehr, sehr abgefahrenes Manöver, wo nämlich mit den Triebwerken des Soyuz-Raumschiffs die gesamte Station gedreht worden ist. Und zwar so gedreht worden, dass die Sonnensegel wieder auf Sonne ausgerichtet waren und dann wieder die Stromgenerierung starten konnte, um damit dann insgesamt alle Batterien zu laden. Denn die elektrische Energie an Bord des Soyuz-Raumschiffs hätte natürlich nicht gereicht, die ganze Raumstation aufzuladen, sondern es war eben wichtig, auch die Sonnensegel wieder mit zu aktivieren. Das heißt, im Grunde genommen hat man zunächst mal so eine Art Jumpstart genommen, um so ein wenig die Station wieder in Betrieb nehmen zu können und mit der Technik an Bord auch und der Bodenstation gemeinsam zu schauen, wie viele Batterien sind denn rettbar, wie sieht die generelle Lage aus. Und dann war es eben wichtig, die Station zu drehen. Und dann am 10. Juni konnte man dann tatsächlich auch die Luftheizung, so wird es genannt, wieder aktivieren an Bord des Raumschiffs. Und damit wurde es dann langsam so ein bisschen wieder annehmer. Und ein weiteres Problem dabei war, dass man also jetzt im Grunde genommen die Station so halbwegs wieder am Laufen hatte. Also es war lebenmöglich, die Heizung wurde langsam wieder aktiviert, die Station hatte Strom, man konnte langsam davon ausgehen, dass die CO2-Aufbereitung wieder am funktionieren war. Aber wenn man denn tatsächlich, und das war ja der Plan, länger an Bord der Station bleiben wollte, musste man auch wieder dafür sorgen, dass die Station kooperiert, also wieder zu einem kooperativen Objekt wird. Das heißt, man musste diese automatisierten Ansteuerungssysteme auch wieder aktivieren, damit ein bereits vorbereiteter Progress-Transport, das ist ja das Raumschiff. Der dann sozusagen an der anderen Seite angedockt hätte, also die Salyut hatte zwei Möglichkeiten, wo man hätte andocken können. Also die haben quasi ihre Soyuz-Kapsel vorne geparkt und hinten hätte dann der Progress-Transport angedockt werden können. Genau, also Progress-Transporter gibt es ja auch immer noch, der wird ja auch immer noch benutzt, um die ISS anzufliegen. Also ob es jetzt noch geplant ist, weiß ich gar nicht, aber der Progress-Transporter fliegt halt eben auch die ISS an. Aber damit das gelingen kann, muss natürlich dann da die automatisierte Steuerung funktionieren, weil da sitzt ja eben kein Kosmonaut mehr mit an Bord, sondern das ist eben nur mit Wasser, Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen vollgepackt, das Ding. Und das musste funktionieren, weil sonst hätten dann auch wieder Janine Beekhoff und Savinic die Operation abbrechen müssen und zurückkehren müssen. Weil auch Ersatzteile fehlten, die sie noch gebraucht hätten. Und eben generell, ja Lebensmittel und so, konnten wir ja nur begrenzt mitbringen. Insofern wurde am 13. Juni aber das dann auch wieder aktiviert. Also wir merken, nach gut fünf Tagen konnte man auch dieses System wieder reaktivieren. Und nach wie vor war es aber so, dass es immer noch Tauwasser gab. Das musste also erst alles nach und nach vorsichtig durch die Luftheizung getrocknet werden. Und erst Ende Juli war am Ende eine normale Luftfeuchtigkeit wiederhergestellt. Also das hat tatsächlich im Grunde genommen fast zwei Monate gedauert bis da. Also diese Vorstellung, an so einer halb kaputten Raumstation über Wochen zu arbeiten und jederzeit damit rechnen zu müssen, dass irgendwas passiert, dass du sozusagen ganz schnell die Wiege machen musst, wenn es dann noch funktioniert. Also das finde ich einfach echt wahnsinnig. Irgendwie Hut ab von der Leistung. Ja, es war völlig verrückt. Janine Beekhoff hatte aus gesundheitlichen Gründen nur die Erlaubnis, gut 100 Tage an Bord der Station zu bleiben. Das war noch so ein weiteres Ding. Ihr merkt schon, jetzt sind wir in einer längeren Perspektive. Tatsächlich ist Savinic 169 Tage danach noch an Bord der Sayut 7 Station geblieben. Kehrte dann im November 1985 dann mit dem Flug Soyuz T-14, also der entsprechenden nächsten Mission, zurück. Und Janine Beekhoff flog aber vorher schon mit der Soyuz T-13 zurück. Der war aber immerhin auch 110 Tage auf der Station. Genau, verbracht 110 Tage. Und das Interessante finde ich hier auch nochmal, dass vor der Rückkehr noch gut 30 Stunden lang Annäherungs- und Kopplungstests durchgeführt wurden. Also, wer sich so mit Raumfahrt beschäftigt, ist es ja immer interessant, dass, sagen wir mal, diese kleinen Tests mit der Dragon-Kapsel, die jetzt durchgeführt wurden, ja auch sehr intensiv durchgeführt wurden. Dass man aber hier bei den Russen tatsächlich 30 Stunden lang Flugmanöver in der Erdatmosphäre mit einem Raumschiff durchgeführt hat, zeigt ja auch wiederum, wie ausgiebig die Soyuz-Kapsel als Raumschiff getestet worden ist. Er erklärt auch, warum sie eben quasi bis heute noch als sicherste Kapsel zur bemannten Raumfahrt gilt. Und die haben, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon erwähnen sollten, aber mit der Salyut 7 noch was sehr, sehr Cooles gemacht. Das überschnitt sich nämlich tatsächlich mit der Inbetriebnahme der Mill dann letzten Endes. Und die haben dann, um die Mill in Betrieb zu nehmen und erste Operationen durchzuführen, sind sie von der Salyut 7 mit der Soyuz rübergeflogen. Also, die sind quasi von Raumstation zu Raumstation geflogen und wieder zurück. Also, auch nie da gewesen. Total außergewöhnlich. Sehr, sehr abgefahren. Ja, also auch das, eine Geschichte eigentlich, wie man sie aus Kinofilmen, also Never Gravity ja kennt, auch das haben die Russen gemacht. Und wir können hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass natürlich die russische Führung damals, das war ja noch vor Ende der UDSSR, also noch tatsächlich in Zeiten des Kalten Kriegs, natürlich überhaupt kein Interesse daran hatte, dass der Westen genau wusste, was getrieben wird im Weltall. Und die Amerikaner hatten ja tatsächlich nach den Mondlandungen auch geliebäugelt mit bemannten Raumstationen. Es wurden dann ja Saturn-5-Raketen zum Teil umgebaut und daraus wurde das sogenannte Skylab ja entwickelt. Also, auch die Amerikaner hatten in den 70er Jahren bemannte Raumstationen, die im Prinzip auf wesentlichen Teilen einer Saturn-5-Rakete bestanden. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, aber die Salyut oder die Raumstationen des Salyut-Programms waren monolithische Raumstationen. Und heute kennen wir halt, also Mir war schon die erste modulare und die ISS ist natürlich auch eine modulare Raumstation. Genau, das Skylab war auch monolithisch, bestand eben auch nur aus einem Teil. Die Amerikaner haben das dann ja aufgegeben, Shuttle, da kommen wir wieder zum Stichwort Shuttle, weil sie dann das Shuttle-Programm ja ins Leben gerufen haben. Heute weiß man ja, dass das eigentlich eine falsche Entwicklung im Grunde genommen war. Die ursprünglichen Pläne der Amerikaner, wenn man sich das nochmal so anschaut und durchliest, war ja im Grunde genommen, jede Woche im Prinzip einen Shuttle-Start durchzuführen. Also die Idee war, 52 Flüge ins Weltall pro Jahr hinzubekommen und die Idee war, dass mit dem Shuttle der Turnover, also das Aufbereiten nach der Landung extrem schnell vonstatten gehen sollte und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit erreicht werden sollte, weil man sehr schnell eben Nutzlasten ins Weltall bringen kann. Das hat sich ja relativ schnell zerschlagen, weil es doch deutlich wurde, dass der Wartungsaufwand nach dem Wiedereintritt eines Shuttle extrem groß war und eben hier eine Fehlplanung stattgefunden hatte. Die Russen hingegen haben ja direkt dann ab den 70er Jahren, du hast es gesagt Alexa, auf bewandte Raumstationen gesetzt. Auch hier natürlich die Idee aus unter Umständen ja Rüstungsideen heraus, eine bewandte Raumstation zu haben, kann ja auch Vorteile haben, wenn du Menschen hast, die auf die Erde hinunterschauen. Auch hier natürlich im Grunde genommen heute klar, dass man das genauso gut mit Spionagesatelliten machen kann, das was man da so machen möchte. Aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern in den 80er und 90er Jahren mit der Mir-Station, wo es immer wieder die Rekordmeldungen gab, wie lange Menschen dann in diesen Raumstationen verweilt sind. Und man hat da wirklich erstaunt vorgestanden, das wirkte immer alles so ein bisschen zusammengeklöppelt, die russische Technologie, aber es war eben erfolgreich. Man könnte irgendwann nochmal eine ganze Episode über die Mir machen, weil natürlich die dann in ihrer Lebenszeit von Bränden bis zu Dekompressionen ja auch alles an Bord gehabt hat. Aber auch schöne Momente. Ich möchte an der Stelle kurz mal erwähnen, dass es ja schon zu Zeiten des Salyut-Programmes, aber dann erst recht bei der Mir das Interkosmos-Programm gegeben hat und auch quasi eine internationale Zusammenarbeit da stattgefunden hat. Und auf der Mir der erste syrische Kosmonaut sozusagen seinen Dienst angetreten hat und der hat heute noch, sozusagen hält heute noch Vorlesungen und den kann man sich, er lebt in der Türkei heute, quasi mit dem kann man sich mal beschäftigen, weil der wirklich tolle Dinge zu erzählen hat. Und Mohammed Ahmed Faris war tatsächlich ja der erste Syrer sozusagen im Weltraum und hat dann eben eine Zeit auf der Mir verbracht. Genau und die Mir, der Name ja auch Frieden der Raumstation, war ja dann am Ende auch nach dem Zusammenbruch der UdSSR ja dann auch ein Einflugtor, das sich für weitere internationale Zusammenarbeiten. Es war dann ja so, dass auch NASA-Astronauten auf dem Mir waren und auch deutsche Astronauten die Mir besucht haben. Also da begann im Grunde genommen langsam im Weltall das, was auf der Erde ja sich nachzog, also der Aufbruch des eisernen Vorhangs. Und in der Raumfahrt sind wir ja heute im Grunde genommen, was die ISS angeht, die internationale Raumstation ja sowieso mit sehr, sehr vielen Ländern gemeinsam an Bord. Was wir im Moment natürlich haben, ist die Entwicklung der chinesischen bemannten Raumfahrte, die ja auch inzwischen bemannte Raumstationen schon erfolgreich hatten und auch bemannt hatten. Und da ist es natürlich wieder so, dass man nicht so genau weiß, was das chinesische Raumfahrtprogramm macht und man blickt da natürlich auch ganz gespannt hin. Aber was die ISS angeht und überhaupt was die Raumfahrt jetzt mal abgesehen von China angeht, finde ich es einfach so wunderbar, abgesehen von den technischen Leistungen, wie sehr Wissenschaft da doch Menschen verschiedener Nationalitäten zusammenbringt. Also dieses Spalten, was wir ja so oft in der verschwörungsgläubigen Szene haben und so weiter, also die konstruktive Zusammenarbeit, die wirklich die Menschheit auch voranbringt, findet doch eher in der Wissenschaft statt. Vielleicht an dieser Stelle nochmal so ein kleiner Appell. Genau und diese Geschichte über Sajut 7 ist eben erzählenswert. Das Flugmanöver von Gianni Bekhoff, das hat so nie wieder gegeben, ein unkooperatives Objekt anzudocken. Und man muss sich auch wirklich überlegen, dass die ja, was vorhin schon mal einmal gesagt hat, Alexa, jederzeit damit rechnen mussten, in die Soyuz-Kapsel zu springen und wieder abzureisen. Und trotzdem hat man die Station gerettet und das ist schon auch ziemlich abgefahren, wenn man darüber nachdenkt. Das ist eine Foto, was wir da gesehen haben, was wir euch auch verlinken, beziehungsweise die Seite, wo das ist, euch auch verlinken, wo du wirklich diese Mützen siehst und ansonsten siehst du halt nur Kabel. Einfach einen unfassbaren Wust an Kabeln. Also es ist wirklich total abgefahren. Ja, das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Also wir hoffen euch mit dieser Geschichte ein wenig auch begeistert zu haben. Wir empfehlen euch dann mit dem, was ihr jetzt wisst, den Kinofilm ein bisschen abziehen, aber trotzdem unterhalten und anschauen. Wo du es gerade sagtest, also ein bisschen abziehen, also dieser Konflikt mit den Amerikanern, dass man also Angst hatte. Ach ja, die Verschwörungsmythos, das müssen wir ja auch noch erzählen. Also das ist gut, dass du mich daran erinnerst, dass wir die Geschichte noch erzählen. Also es wird ein wenig kolportiert, dass die Challenger startbereit gewesen wäre. Und man hatte Sorgen, so wird es auch ein Stück weit kurz im Film angerissen, dass die Amerikaner mit der Challenger hochfliegen könnten, um die Salyut 7 in die Ladeklappe reinzupacken, in den Laderaum und die dann eben zu klauen. Wie bei James Bond. Genau, die waren nicht auf die Höhe der Umlaufbahn ausgerichtet. Das heißt, die Shuttles, die man da so geplant hätte, wären grundsätzlich in dem, wie sie ausgestattet waren und wie die Missionen geplant waren. Das wird ja alles lange im Voraus geplant, nicht in der Lage, die Salyut 7 überhaupt zu erreichen. Und wenn sie die Station erreicht hätten, das ist jetzt die spannende Frage, ist das überhaupt reingepasst? Theoretisch ja. Also die Ladebucht in einem Shuttle hätte gereicht, um die Salyut 7 aufzunehmen, wenn man alle Aufbauten abgebaut hätte. Das heißt, das wäre ein relativ aufwendiger Auftrag gewesen. Man hätte in Außenmissionen. Also wirklich mit EVA und allem Zipp und Zapp. Genau, also extra vehicular activity. Also tatsächlich im freien Weltraum diese ganzen Sonnensegel abmontieren müssen und anderen Aufbauten. Und dann hätte man den Rumpf der Salyut Raumstation einladen können. Und das ist wohl doch eher etwas übertrieben, dass daran die Amerikaner Interesse gehabt haben, zumal es sogar zweifelhaft ist und gar nicht mehr so ganz gut nachzuvollziehen ist, ab wann denn überhaupt bekannt war bei der NASA, dass die Salyut 7 in Problemen war. Weil es ja, wie gesagt, nicht ungewöhnlich war, dass jetzt keine Astronauten, keine Kosmonauten an Bord der Station waren, sondern die waren ja sowieso immer von alleine. Also das ist die Frage, ob das möglich gewesen wäre. Und wenn selbst die Russen, die ja alle Informationen hatten, in der Lage waren, binnen vier Monaten erst eine Mission an den Start zu bringen, die entsprechend konfiguriert war, kann man sich ja vielleicht überlegen, ob das realistisch gewesen wäre. Aber diesen Verschwörungsmythos gibt es. Und wenn man anfängt zu suchen, findet man den dann auch wieder in verschiedenen Foren. Und vielleicht, wenn nochmal 20 Jahre Zeit verstreicht und das noch ein bisschen weiter kopiert wird im Netz, dann gibt es vielleicht immer mehr Menschen, die daran glauben, dass das möglich gewesen wäre. Ja, also ansonsten schaut euch den Film an und beschäftigt euch mit Raumfahrt. Das ist einfach unfassbar spannend. Klickt euch da durch und da ist tatsächlich auch Wikipedia immer ganz nett, weil das nicht zu sehr in die Tiefe geht zunächst mal. Aber wenn man anfängt, sich durch die einzelnen Missionen durchzuklicken und sich das mal durchliest, was da so alles stattgefunden hat, also wirklich von Raumstation zu Raumstation zu fliegen, um da Sachen hin und her zu transportieren, das wirkt eigentlich alles wie Science Fiction. Und wir haben hier im Westen einfach viel zu wenig aus den 80er Jahren mitbekommen, was stattgefunden hat. Und das ist schon auch alles sehr, sehr eindrucksvoll. Und erklärt eben auch, warum Russland in Bezug auf die Raumfahrt ein wichtiger Partner für die internationale bemannte Raumfahrt ist. Und wie gesagt, ja über viele Jahre dann auch mit den Soyuz-Kapseln das einzige Raumschiff hatte, was Menschen ins Weltall bringen konnte. Jetzt mit der Dragon-Kapsel, die sehr, sehr futuristisch natürlich aussieht, hat sich das geändert. Und wir schauen mal, wie es weitergehen wird mit der Raumfahrt. Ich persönlich bin sehr gespannt, ob wir 2024, um jetzt mal die Serie Space Force zu zitieren, wieder Boots on the Moon haben. Ja, genau. Das ist gespannt, ob dieses Ziel beibehalten wird. Das werden wir beobachten. Und ich fände es durchaus spannend, in meiner Lebenszeit nochmal mitzubekommen, dass Menschen auf einem anderen Himmelskörper landen. Das finde ich schon nochmal interessant. Jetzt klären wir zunächst mal auf, was es mit der Boa im Motorraum auf sich hat. Und dann haben wir noch ein Gewinnspiel, auf das wir hinweisen müssen. Die Auflösung Ja, die Geschichte mit der Würgeschlange im Motorraum ist tatsächlich passiert, und zwar in Sachsen. Und die arme Frau, die diese zum Glück tote Schlange im Motorraum gefunden hat, war doch wirklich arg gebeutelt von dieser Erfahrung. Und es hat sich dann gezeigt, dass der Wagen wirklich wochenlang in der Garage gestanden hat. Und es war da wohl relativ warm. Und die Dame erzählt dann irgendwie, also die Sommerferien hat der Wagen sozusagen in der Garage verbracht. Und sie hat auch sogar einmal eine Schlangenhaut gefunden und sich dann nur kurz gewundert und dachte, das wäre vielleicht von einer Ringelnatter. Und ist dann zur Tagesordnung übergegangen. Hat aber vergessen, mal irgendwie genauer nachzugucken und sogar den Motorraum mal zu inspizieren und zu gucken, was da los ist. Und deswegen eben die grausige Überraschung. Man hat nie so ganz klären können, wo die Schlange herkam. Es war wohl so, dass schon ein Zirkus in der Nähe gewesen war. Aber die vermissten auch nicht wirklich eine Schlange. Also man wird es wahrscheinlich bis ins Detail nie klären können. Aber wenn man mal sucht, irgendwie Würgeschlange im Motorraum oder irgendwie sowas in der Richtung, da gibt es doch erstaunlich viele Meldungen, die auch tatsächlich so journalistisch aufbereitet sind, dass man das Gefühl hat, die sind so passiert. Also Schlangen mögen es ja warm und scheinbar, wie viele andere Tiere auch, finden sie da Autos irgendwie und gerade Motorräume irgendwie ganz interessant. Und es scheint wohl wirklich häufig vorzukommen, dass sich eine entkreuchte Schlange dann mal in einem Auto ein Plätzchen sucht. Ich wollte es nicht glauben und habe es tatsächlich komplett falsch gelegen, aber ihr habt es gehört. Einen Hinweis können wir noch geben. Ich war dieses Wochenende beim Avocado Prime Podcast zu Gast. Das war ganz nett. Da haben wir nochmal über Verschwörungsmythen gesprochen. Der Christoph und die Melle hatten mich da eingeladen, bei Ihnen im Podcast was zu diesem Thema zu erzählen. Also wer über die ganzen Tommy-Kraffer-Specials und andere Dinge noch nicht genug zum Thema gehört hat, kann da gerne mal reinhören. Alexa hat eine Intro für einen Podcast gesprochen. Genau und zwar für den Podcast Graumilliert, den Podcast der Partei Hannover. Also wer da mal reinhören möchte, die Partei Hannover hat jetzt einen Podcast Graumilliert, einen Shoutout an dieser Stelle. Hallo. Hallo. Genau, das ist ein Parteipodcast. Also dann wisst ihr, was euch da zu erwarten hat, wenn ihr einen Parteipodcast hört. Und jetzt haben wir zum Ende der Sendung tatsächlich noch ein Gewinnspiel, was wir noch ein bisschen erzählen wollen. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von König Henry. Und König Henry hat uns mitgeteilt, dass auf seinem neuen Album es einen Song namens Huxilla geben wird. Und diesen Song werden wir euch auch gleich vorspielen. Also tatsächlich ist König Henry hergegangen und hat inspiriert von uns, von dem, was wir tun und vor allen Dingen auch von Verschwörungsideologen einen, wie ich finde, sehr, sehr gelungenen Song gemacht. Und wir haben uns dann ein bisschen hin und her geschrieben und das neue Album von König Henry, nämlich die verzauberte Zuckerwatte, so heißt dieses Album, das könnt ihr bei uns gewinnen. Das Album ist gerade noch sozusagen im Presswerk, das heißt, das kann ein bisschen dauern, bis wir dann am Ende die Preise auch zu euch schicken können. Aber dann bekommt ihr auf alle Fälle drei CDs, also dreimal eine CD könnt ihr gewinnen hier bei uns. Und wer bei irgendwelchen Streaming-Diensten ist, der kann eben nach König Henry und die verzauberte Zuckerwatte suchen und kann sich da das Album ja schon anhören, wenn man da so einen Streaming-Dienst-Account hat. Und ja, was ihr tun müsst, um die CD zu gewinnen, ist, dass ihr uns bis zum 12. Juli 23.59, ihr kennt das, eine E-Mail mit dem Betreff König Henry einfach zusendet und dann losen wir unter allen Einsendungen drei CDs aus. Vielen Dank dafür an den König, dass er uns diese CD zur Verfügung gestellt hat und wir werden euch jetzt rausschmeißen aus dieser Episode mit einem Lied namens Hoaxilla, so heißt das. Und dann könnt ihr euch das anhören, das erste Musikvideo von dem Album, die verzauberte Zuckerwatte, werden wir euch auch noch verlinken. Ich finde es so großartig. Das ist sehr lustig. Ich habe es so gelacht. Findet ihr dann unter unserer Episode verlinkt, könnt ihr auch noch mal reinhören. Und wir sind sehr stolz, dass inzwischen ja so zwei Musikprojekte inzwischen schon sich von uns haben inspirieren lassen. Wir haben ja auch Derivate, die ja uns zu seiner Zeit einen Song gewidmet haben auf einer ihrer EPs. König Henry macht jetzt komplett andere Musik und das finde ich umso eindrucksvoller, dass eben Künstler das, was wir machen, irgendwie zur Inspiration nehmen und daraus dann ihre jeweilige Kunst machen. Das macht mal wieder ein bisschen demütig. Insofern freut uns das ganz, ganz, ganz doll, dass wir dieses Feedback bekommen. Wir freuen uns auch über die vielen Themenvorschläge von euch, über die positiven Stimmungen und Meinungen zu den Specials, die wir im Moment machen, dass ihr das gut findet. Und überhaupt, dass ihr uns mit Briefen, Spenden, mit Ideen unterstützt. Wie immer, vielen Dank an euch da draußen. Dank euch. Und jetzt hören wir uns den Song an, hören uns im Juli ganz bald wieder und natürlich immer schön skriptisch bleiben. Tschüss. Flieg, Vöglein, flieg über die Welt, wie die, wie dir sie gefällt. Such nach dem Rand hinter eisigem Land, bis jeder Zweifel zerschenkt. Flieg, Vöglein, flieg durch die ganze Republik, bis die Erde endlich erwacht aus der Nacht. Du senkst einen Blick auf deine Heimat zurück, sie wirkt ein Jahrhundert entfernt, fast wie erdrückt, wie von Hypnose verzückt, von schuppigen Händen entkehrt. Flieg, Vöglein, flieg, sucht der Wahrheit den Sieg, bis die Erde endlich erwacht aus der Nacht. Und so führen dich deine Reisen durch deine Fantasie, du fliegst hoch, doch nur in Kreisen aus Echos und Phobien. Deine Statue, Wände aus Stahlbeton gebaut, doch außen dran den Buben, Damen, Asse und ein Joker auf der Haut. Sie schauen verblüfft, doch die Wolken sind Gift, du kannst ihnen alles erklären. Beweis um Beweis, so schließt sich der Kreis, sie wollen den Planeten zerstören. Flieg, Vöglein, flieg für die wahre Physik, bis die Erde endlich erwacht aus der Nacht. Du hast sie gewarnt, all die Lügen enttankt, gewissenhaft und mit Geduld. Sport ist der Lohn, doch was wissen sie schon, wer nicht versteht, selber schuld. Flieg, Vöglein, flieg, ohne jede Kritik, bis die Erde endlich erwacht aus der Nacht. Und so führen dich deine Reisen durch deine Fantasien, du fliegst hoch, doch nur in Kreisen aus Echos und Phobien. Dein Nest hat hohe Wände aus Stahlbeton gebaut, doch außen fangen Buben, Damen, Joker auf der Haut. Flieg, Vöglein, flieg, durch die Alptraumfabrik, bis sich dein Verstand nicht besinnt, fliegst du blind. Und so führen dich deine Reisen durch deine Fantasien, du fliegst hoch und immer höher, die Luft wird langsam dünn. Dein Nest hat hohe Wände, doch halten sie nicht stand, geht einmal ein Sturm und trägt sie fort aus deinem Märchenland. Der Hoxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.